So, die anderen habe ich jetzt das Essen langsang fertig gemacht. Mal gucken, was es heute gibt da. Böhnchen, Reischen und so, Kram da hier. Und ja, wir müssen halt mal gucken, das reicht schon, das geht, das ist nicht viel, aber dann ragen wir noch und die kippt zu Ende und dann gehe ich zu den anderen. Und ja, was soll man sagen, gell? Wahnsinn, Wahnsinn, was geht denn ab hier im Camp hier?